Hallo und herzlich willkommen mit mir den Eisenbahn MC zur sechsten Folge Warface. Ja, wenn ihr die anderen 5 Folgen noch nicht gesehen habt, dann checkt auf jeden Fall die Playlist, die ist oben im i verlinkt und in der Videobeschreibung. Das i dürfte jetzt oben aufgehen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich sehe, dass viele Zuschauer von mir keine Abonnenten sind. Falls euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und stellt die Glocke gelegentlich auf alle, damit wirklich alle meine Videos bei euch in der Abo-Box angezeigt werden. Denn YouTube bastelt da andauernd herum und ändert da andauernd was. Ich habe letzte Folge diese Karte gespielt, ich möchte hier gerne weiterkommen. Aber komischerweise setzen sich diese Karten immer wieder zurück. Ich habe keine Ahnung warum. Erklärt es mir, da steht immer neu, 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 obwohl ich die schon einmal gespielt habe. Irgendwie wird das nicht gespeichert. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, an was das liegt. Weil ich möchte hier gerne ein bisschen weitermachen, bloß ich kann da nie weitermachen. Weil da es sich immer zurücksetzt. Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal nochmal durchspielen. Ja, ich stelle jetzt mal nochmal dieses Game. Ich habe die alle schon mal gespielt. Ich spiele das ja noch einmal. Das heißt, bitte beschwert euch jetzt nicht. Ey, die Karte gab es jetzt schon zweimal in der Playlist, denn ich weiß. Ich weiß nicht, an was das liegt. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich will jetzt mal ein bisschen Ingenieur sein und dann spielen. Achieved with CryEngine Ach ja, ich habe es total vergessen. Eine Sache vorweg. Ich bin ziemlich schlecht in Shooter Games und möchte es gerne mit euch üben. Deshalb, falls ihr Tipps habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Auch Kritik ist er wünscht. Tipp des Tages. Je schneller du einen Feind besiegst, umso mehr Punkte verdienst du. Alles klar. Alles klar. Leck. Leck. Irgendwie lecke ich immer in dieser Karte. Die ist so extrem. Ich spiele jetzt zum dritten Mal. Zweimal in Aufnahme. Jetzt einmal privat. Da lecke ich immer. So. Ciao. Ich bin in die falsche Richtung gerannt. Glaube ich, denke ich. Wo muss ich hinten hin? Ne, ich war doch richtig. Hä? Ich kenne mich hier nicht aus. So, Hilfe. Ach, da hinten. Also doch da hinten. Da hinten ist der Checkpoint. Wir sind gut trainierte Blackboot-Truppen. Wenn euch einer bietet, hochdeckte und übernachte in einem Kamerad. Checkpoint. Wiederherstellung und Wiederbelebung abzuschlafen. Leck. Au. Au. Die schweren FGs sind abgeschirmt und bemerkt nur schwer auszuschalten. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Da kann ich so viel reden. Konzentrieren und reden ist gar nicht mal so einfach. Leck. Die Miliz greift nur aus der Nähe an. Schaltet sie aus, bevor sie zu nahe kommen. Munition, Gesundheit und Panzerung regeneriert. Kameraden wieder bedienen. Hallo. Hallo. Ingenieur gefällt mir irgendwie. Wäre ich jetzt öfters sein. Das ist auf der pirativen Waffe, nicht das ganze Team ausmüssen. Verteidigung. Bein. Weiß sie. Wir kommen. Ja. So, das Geile ist, ich kann mal Panzerung geben, somit verliere ich immer weniger Leben. Finde ich ganz cool eigentlich. Ja. Geh doch da rein, Mensch. Danke. Ich bin Dritter, yeah. Mal was Neues. Was machen wir jetzt hier? Wo ist denn der jetzt? Hi. Ja, komm. Ganz ehrlich, was haben wir da gerade eben gemacht? Was haben wir da gerade eben gemacht? Verdammt, das muss ich wieder zensieren. Geil. Das ist immer so eine Heidenarbeit, das schwarze Balken da einzufügen. Ich habe keine Munition mehr. Das ist der kleine Nachteil. Ich habe nicht nur endlich Munition. Oh Gott, zieht das jetzt wieder die FPS runter, wie bei der letzten Folge. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war jetzt ein FPS-Fresser hier. Seht ihr den hinter euch nicht, oder was? Ich bin jetzt los. Ich bin jetzt da unter'll. Ich bin jetzt da, wie sieht das? Ich bin jetzt. Leck. Okay. Ja. Ich will mal was ausprobieren. Ich stelle mich jetzt einfach mal da unten rein. Au! Upsi. Ja. Okay, wenn man sich da unten rein stellt, dann stirbt man. Das habe ich schon vermutet. Das wollte ich mal ausprobieren. Wollte ich unbedingt mal ausprobieren, was da passiert. Hat sicherlich noch niemand auf YouTube ausprobiert, was da passiert, wenn man sich da unten rein stellt. Ich bin da sicherlich der Erste. Zumindest der Erste Deutsche. Er ist auf YouTube ausprobiert. Sicherlich. Ach, das war's schon. Okay, das war's dann für die Folge. Die ist anscheinend ein bisschen kürzer. Ich werde mich dann jetzt auch wieder verabschieden. Das war's mit der sechsten Folge Warface. Wer die anderen fünf Folgen noch nicht gesehen hat, dann klickt jetzt auf dem i. Dort ist eine ganze Playlist. Und da sage ich auch Ciao mit V. Ciao. Bis zum nächsten Mal.